Gardeos! Ja muss auch sein. Die muss ich erstmal klein häckseln. Aber weißt du was? Dadurch dass du mir jetzt hilfst, bin ich so frei und baue dir ein ME System. Naja du kommst ja nicht so weit. Das stimmt. Leider muss ich das wirklich zugeben. Einmal das da, da fehlt mir dieser Block und den brauche ich öfters. Bin halt grad so ein bisschen am Kirchenbau beschäftigt. Ja kannst du doch machen. Ähhhhh ich sehe mir die Erdsche. Erdsche. Schöne, schöne Erdsche. Ich gucke grad. Ich habe sogar noch so einen Controller. Das ist cool, da brauche ich den schon mal nicht craften. Ich weiß gar nicht wo das im E-System hin soll. Das nimmt nie viel Platz ein. Ja das ist ja schon jetzt kein Platz mehr auf meiner Insel. Ach klar wird schon. Jetzt muss ich gucken nicht gleich das falsche Crafting-Grid ist das. Ich wollte schon sagen, ich muss das sowieso craften. Da bitte da. Einmal so und haben wir schon mal. Was fehlt mir jetzt? Eine Werkbank. Ja warum nicht? Da haben wir schon mal zwei Teile. Jetzt brauchst du den Disk Drive. Da brauche ich wieder Quarz Dings Bombs. Das heißt ich kann einfach alles ins ME schmeißen. Ja. Ui. Und jetzt gucken wir. Denn ich habe noch ein paar Disks. Eine 16k Disks habe ich. Der ist sehr laut gewesen. Was? Nein. Ich will nie so sein. Ich schenke dir immer aus dem ehen Ding meine Disketten die leer sind. Da hast du gleich 64k Disketten. Boah das ist ja nur Premium. Ja ich kann die mir easy peasy neu herstellen. So dann brauchst du nur noch eine dauerhafte Stromversorgung würde ich dir empfehlen. Solar Panels. Die ist nicht dauerhaft. Aber ich stelle das Ding erstmal hier hin. Damit du überhaupt das nutzen kannst. Dann das. Und das. Simselabsd. Eine Diskette fehlt. Das ist aber nicht so schlimm. Du hast ein ME. Ich habe ein ME. Besteht aus drei Blöcken bloß. Ich habe ein ME. Und ich tue mir dieses 64k Dinger dann neu herstellen. Ist ja alles kein Problem für mich. Das, das und das. Und Dark Steel herstellen. Das kann da rein. Das brauche ich. 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 Du brauchst ja langsam zu müssen. Mhm. Handy Störgeräusch. Ernsthaft? Ja. Ja. Ey. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Ok. Ich muss wieder ab. Warte mal. Kann ich das nicht? Das geht doch hier wenn ich dieses Zeug brenne. Oder? Ja. Ja. Quartz enriched das. Davon habe ich 4,6k. Mein Handy jetzt auf die andere Seite des Schranks gelegt. Ja. Ich gucke jetzt mal. Aber meins ist das definitiv nicht. Weil. Ja. Ne. Meins war vielleicht das vor einer halben Stunde. Da habe ich eine Nachricht gekriegt. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Dann kann es meins gewesen sein. Acht. Äh. So. Acht. Jetzt der Premium Ofen mache ich dir dann auch noch. Es tut mir alle leid, die jetzt, äh, Ohrenbluten haben. Ach. Das ist nicht so zu laut war das. Ne. Das war Standard-Lautstärke. Ich hatte das jetzt nie gewollt, dass jemand Ohrenbluten bekommt. Bis jetzt. Haha. Jetzt gibt es aber Ohrenbluten bei mir. Der Enderman ist fucking laut. Ich weiß. Ich habe ihn gerade angegriffen. Oh, mein Baum sieht so schön aus. Oh. Ich habe ihn mit Lichterketten besteckt. Bezurzt? Ja. Du gehst der Sarah fremd mit einem Baum. Das würde mir zu denken geben. Ich habe jetzt nicht die Flut, oder? Nein. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Das ist ein Film, wo Kinder missthandeln. strom mehr in eine disk passen halt 64.000 items sein die brauchen eine dauerhafte stromversorgung am besten ist dann wirklich ein generator und du müsstest vielleicht auf das endlich mal wechseln auf das ja du brauchst die lorium wenn du ein generator hast hast weil du musst die lorium reinhauen und der wandelt das strom um aber die reichten drei mal drei mal drei generator komplett aus den können wir dann zusammen craften ich muss hier noch einiges lernen ja und den generator kannst du da zum beispiel in den baumstamm bauen ich werde eben baum stammen vielleicht mein haus einbauen wenn du da wirklich ein baum haus baust dann vielleicht ich war hier so gegen mittag so ins server und setz mich da mal dran du kannst du gerne machen irgendwie richtig bock drauf warum nimmt der das glas ach ne der ist auch gar nicht zum fertigen durchbrennen oh ne scheiße aber die ist skandalös äh das ding ist voll tyrock sein jetpack ist fast voll fast ich habe einen jetpack oh das müsste immer wieder geladen werden da fehlt eine mille oh ja das ist nicht zu verantworten ja und das ist voll dann kannst du dir auch so eine kapazitäterbank bauen dann kannst du das zeug bei dir auch mal selber aufladen den seelensand wo hast du den hingemacht äh warte ja nicht aussehen auch immer im winter den ganz einfach hier in diese kiste rein machen das wird dann rausgelutscht ok ja es geht ja dann alles ins me rein au kaktus so 60 1k storage dann einmal 20 dann einmal 6 und ich weiß nicht wie die kirche bauen sollen ich auch nicht bauen sie doch wie ein forest ja dann dann bräuchte ich ja so und ich hab wieder drei dings durch genau ähm äh ich will aber immer eine andere kirche bauen wechselung bisschen ab ich möchte bitte dass du jetzt äh ganz viel kohle durchbrennst denn wir brauchen grafit barren grafit ja und das wird auch ganz einfach gemacht hier ist gerade nichts drinne warte ich bring dir noch einen ofen ich crafte dir mal schnell einen mit der äh äh von dings supreme naja äh auf den werden wir nicht gleich gehen weil da saust du mehr ein als du verbrennst wobei äh premium hier äh kann ich den überhaupt äh ok ich muss erst wieder auf den standard gehen das ist dieser hier da brauche ich unten den block da brauche ich unten den block äh das war es nicht egal so einfach legal ein so ein block brauche ich und ich brauche so ein block dann kann man schon mal den hellgrün mit 15% effizien das war eins zu früh der hat 15% effizien der nächste hat Licht anmachen auch 15% ne 35% dann gehen wir auf den mit 60% das war eins zu weit geklickt das war zu früh geklickt so ich habe jetzt schon einen mit 16% effizien für dich danke jetzt kommt gleich einer der hat 85% effizien und jetzt kommt der 100% so da musst du aber aufpassen am besten da nicht allzu viel brennstoff reinlegen ok sonst saust du dir viel zu viel ein so ähm so ist da ein oxy drin äh was war falsch mit dem Ding achso ähm kannst du mal bitte hier oben dann die Seite der Kiste abbauen oh die Seite ja die sind recht da gelandet das ist nicht so schlimm kohleblöcke dann scheißen auf die Kisten kohle die snack ich jetzt hier raus die wirst du nämlich brauchen ohne Ende so dann dann brrrr 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 ähm das müsste sogar schon ausreichen das müsste sogar schon ausreichen jo die haut das hier rein das ist gut dann brauchst du auf jeden Fall glas 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 und eisen ähm iron iron das kotzt mich an das hier im ME gerade nichts drin ist das würde das viel einfacher machen mit dem craften warte mal warum haue ich jetzt das durch bin ich bescheuert ich brauche fertiges eisen ich brauche fertiges eisen egal ich stelle ich dir gleich nebenbei noch was her 1 2 3 1 2 3 da habe ich das mit anderem auch ne das war ein 2 aber egal tja größer so das sind ein paar Stacks das reicht aus und glas hast du sand mhm ja du hast kompressed sand ja du wirst ja bestimmt für deine kirche auch noch glas brauchen mhm gut ich haue mal ähm neun Stacks kompressed äh sand durch die schmelze äh durch den ofen ok ja wo willst du denn dein ofen als erstes san haben den kannst du dann immer wieder abbauen beim ofen äh generator generator nächstgelegen hier weil dann bauen wir den aber dann bauen wir den aber da runter mein dieses ding kann gar nicht mehr bissen weil der crafting grid da ist dann umsetzen den ich weiß warum das nicht geht weil das an die kiste angeschlossen ist ne hier ist keine stromleitung das ist ne itemleitung Schaue, da ist jetzt nichts ins Loch gefallen. Dann machen wir das halt so. Da hin. Das ist richtig vernetzt. Jetzt kannst du es nutzen. Das ME? Ja, das kriegt jetzt dauerhaft Strom durch die Solarpanels. Und ich tue dir jetzt hier unten gleich den Generator bauen und das alles miteinander verbinden. Da schenke ich dir sogar ein paar Energy Gable. Gut. Also kannst du alles das, was hier drin ist, da reinhauen. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht das Falsche mit rein haue. Denn das Eisen, was ich hier von dir habe, das brauche ich gleich. Okay. Ja, für den Generator. Das da rein, das da rein, das und deine Dears. Ja. Und die Businessmaschine setzt jetzt einfach bloß hier ran. Und dann ist das nämlich auch effizienter, dass du einen Block davor direkt so ein 3x3-Ding-Feld machen kannst. Okay. So, der ist fertig. Ne. Der Drecksack baut sich was. Dann kann ich das sogar im ME craften, alles für die Sister. Dann. Das macht es doch umso einfacher. Dann hole ich schnell ein paar Energieleitungen. Die schenke ich dir dann. Nehmen wir direkt die Verbesserten. Habe ich noch einen Importer. Habe ich sogar 10 Stück. Ja, läuft Melvin. Also, das geht hier voran. Ja. Warum wohl? Weiß ich auch nicht. Passiert auch aus. So, ich muss kurz bei mir gucken, wie ich das mit den Importern gemacht habe. Aber ich glaube, der kommt an die Kiste, wo das Zeug raus ins ME soll. Ja. Dann brauche ich noch die Cable dazu. Da habe ich, gut, kann ich auch einen Stack entbehren. Ja. Da habe ich jetzt in der Folge eine ME gebastelt. Läuft. 64K-Story. Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik